einen mit granaten gekillt von unten aus dem wasser kommen auch schüsse der gegner hat auf uns geschossen ich hab ihn gekehlt vor uns hat ein gegner im busch gelaufen der ist slow abend hinüber ich hab gegen noch was hin wir sind aber immer noch bei phantom fahren das ist die richtige einungssuche möchtest du wirklich dahin? auch wenn ich da nicht hin will wir wollen hier was zu tun WTF, warum fahren denn beide panzer gegen mich? das ist doch Ami ich geh fast davon aus, dass es ein Team ist das seh ich nicht ich auch nicht ich hab ja noch mit dem Panzer überfahren ich geh einfach rein ich geh einfach rein ich geh einfach rein ich geh selber ey du Hundesohn ey du Hundesohn oh nein 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 die tier ich bin absolut one shot ne jawoll Aber hey, die Priorität ist noch gesetzt, du hast ja schon eine Krone geflägt, das habe ich genau gesehen. Habe ich das? Nein, habe ich nicht. Nein, die lief ja noch, guck doch noch auf die Garten. Nein, nein, die Ärzte. Er hat die Ärzte sich schon geholt. Nein, nein, ich habe keine Krone, ich habe die mythische Aug und die goldene Pumpe mir geholt. Entschuldige, stimmt. Ich habe nur die goldene Schau kurz zu sehen und dachte, du hast mir eine Krone geflägt. Oh, sorry, ich hätte euch so gerne geholt. Ich kann nur leider nicht zum... Aber vielleicht ist da im Graben noch was. Ja, aber die Sonne tickt schon mit 2, die Sonne tickt schon mit 2, passt auf. Nee. Da ist mir nackt nämlich auch ein Madnebel. Oh, lauf, schlampe, lauf. Aber mal, jetzt habe ich das Team geil auseinandergenommen oder habe ich das Team... Fein gemacht. Vor allem, ich habe einfach 3 Panzer zerwichst. Karte, 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 Karte. Also da ist der Bus. Oh, Leo. Leo liegt am Arsch der Welt. Stopp, das schaffe ich wirklich nicht mehr. Los raus. Ich gucke zu. Ich weiß nicht mal, dann müssen wir hier schon wieder gegenheilen, weil die mit 2 tickt. Alter. Nee. Sorry, Leo. Er ist gut, dass er eine hohe Kekse ist. Den habe ich eben gewollt. Da kommen zwei Gegner. Ich muss mal gucken, wo ich lande, aber ich weiß nicht, warum ran zu landen bringt es mir jetzt nichts. Und ich kriege erstmal in die Zone, danke. Ja. Ich kriege über die Gegner, als auf den Leere, als auf den Freier Team. Ich bin wahrscheinlich schlecht tot wieder. Das war wirklich einfach für die Meilenstein. Ich bin wahrscheinlich nicht mehr. Ja, ich hab' den Ja, komm! Ja, tot. Leckerlich. Warum stirbst du denn jetzt, Drago? Wir haben's doch fast geschafft. WTF Waaaah der lecke Miro ey Ne, keine Chance 1-100 Oh Oh 70 35 Nochmal 34 Nochmal 35 Down Da ist noch einer Hat 50 Ja Ich muss mal Tanke reparieren weil die gehen die ganze Zeit auf meinen Tanke glaube ich Hat nochmal 50 Vor der Tanke Vor der Tanke Hat nochmal 35 Der müsste gleich Mein Panzer Der hat 100 gefressen 35 Der ist weiß Der hat 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 Feuer gemacht In der Mitte Schön Der hat 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 90 Ja einer Down da oben Diese Schüsse! Oh! Ich hab zwei down Really? Nein Eins Und ich hab keine Muni mehr Und zwei Eigentlich muss ich den Gegner massieren Der kleine Wichser Ja, der läuft, Panzer Gegner hier Oh nein, mein Panzer explodiert jetzt Einer down Weiter auch da Oh, mein Spiel buggt schon wieder rum Der ist tot Schüsse, Schüsse, Schüsse Schüsse, Schüsse Tot Einer down Der ist tot Der ist tot Nochmal 95 Tot Oh, dreht ne Headshot mit dem der Maul Da ist einer am Wasser Ja Ach, hier Haha, wie so schön Oh, hab den Sniper tot Alter So blöd zu treffen, oder was? Oh, er ist tot Da ist tot W-Lol, einer steht hier Oh 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 Ah Oh 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 Einer down Der ist auch down Oh ja, die neue ist auch nicht schlecht Ja, die sind hier close Einer down Spring doch rüber, du Fotze Banane down Einer down Das grüne Ding ist blau Der ist auch down, einer noch, einer Jawoll Das grüne Ding ist blau 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 Doku